Du weißt flexen statt schätzen Willkommen wieder zurück Wir spielen heute Stardew Ballet 1.6 Update Und wir versuchen 100% zu schaffen Und ja Ihr habt ja Jetzt kann ich euch zeigen Ich spiele schon das für 12 Stunden Also die Videos bestimmt so So eine Stunde Also ich meine so 2 Stunden vielleicht Aber ich spiele eigentlich 12 Stunden Ihr seht ja nicht Dass ich die ganze Zeit farme Ja das Glück wird Okay Oh okay Okay danke 3,4,5,6,7 Achso okay Ähm Ich muss erstmal gucken Wow Okay Was soll ich machen Ah ja Ich guck mal Ähm Wow was muss ich machen Wie hab ich die genannt Alter Ich werde heute angeln Cool Ich hab den Fisch nicht gefangen Oder wirklich Ich will einfach nur den Oktopus fangen Nein Nein Kannst du natürlich nicht Alter wirklich Naja ich werde jetzt gleich wettern Oh Okay Nein 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 Wegen doch nicht angeln Dann war ein Scherz Ich geh gleich angeln Ich hab keine Energie Ich will mir erstmal coole Tiere kaufen Vier kann ich noch kaufen Das heißt Ich kauf mir Muss er irgendwann Von allen Alles kaufen Du kaufst Äh Du heißt Ja Das ist Du heißt Du heißt Wow, Alter, wow, das kostet viel. Na, wow, ich kaufe mir zwei Batterien. Ah. Der Messing... Looney Tunes, ja, Mann. Oh, okay, ich werde jetzt weiter angeln. Oh, die Aufnahme ist schon dran, aha. Jetzt muss ich aufhören, Englisch sprechen. Ähm, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mhm. Ja. Oh. Ich konnte die nicht umhaben. Game over, Mann. Oh Mann, Alter. Ähm. Ja, okay. Ah, ich muss noch, oder? Ich muss noch ein bisschen reden. Oh. Mehr Schaumpudding, das ist gut. Oh wow. Oh wow. Das hat richtig viel Geld. Oh wow. Ted was all out of money. Ähm. Absolut neutral. Ey, verbissen Sie, hä? Wollt ihr jetzt abhauen, oder was? Oh wow. Ja, 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 ich muss schnell machen. Ähm, ich will ja dieses Derby machen. Okay, ich muss jetzt aufhören. Ähm. Ähm. Ähm, 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 ähm. Wer seid ihr denn, Alter? Ähm. Angelschwestern? Wir sind die berühmten Angelschwestern. Werden so viele Fische fangen, wie wir wollen. Na, na, na. Na, fuck that. Geh weg, Mann. Aber ich muss das, oh scheiß. Ist egal. Das war einfach, Spaß. spaß mit youtube auf das war auf so sehen okay dafür bin ich den gleich was die chance eine goldene marke zu tragen wenn ihr einen findet gibt sie hier ab und gewinnt einen preis ja okay ja ich schaffe es oh wow das wäre richtig scheiße fischer reis was fischer eis fischerei schatz rogen was ist rogen ja danke nein wow aber für sollte ich das benutzen halt dieses spiel war so altert ja ich habe jetzt viele gefangen aber ich habe davon nur drei von dingens aber weiter nächstes mal wird besser ich jetzt ja ich kann die qualität springklapper so nachdem wir die bauen können jetzt muss ich leider etwas machen man hört mich mal wieder nicht hatte so today was a today was a bad day i didn't bro like i can't bro i my farm is so shit oh nein tut mir leidt youtube das wollte ich nicht sagen so um so ein neuer tag was was das werde ich lesen die meisten städte haben einen kalender der auch so ja mann geil man okay ich brauche wirklich ärzte ähm es ist bald ähm wie heißt das überhaupt wie heißt das nochmal jahreszeit kommt mal her so es ist bald herbst das heißt ich muss ich muss wo ich ich muss sie ja wegschmeißen ich werde jetzt erst mal was mache ich heiße also ich werde heute den versuchten zu angeln wasser okay wir sehen uns gut leute also ich hab ihn dann guckt unsere sammlung an alter das ist viel alter okay wir brauchen dann auch den hier der ist leicht den hier den kann wir auch angeln den hier und den hier ansonsten müssen wir warten krabbenreise krabbenreise so regenbo ah ne das ist ja schon vorbei ähm hab ich irgendwas joi alter das ist cool okay ich werde jetzt erst mal mit den zauberer und linus sprechen alternativ ja nein hier d was ähm bro so ja ja die weg Das war nur so eine Mission, okay? Chillt. Und jetzt gehen wir zum Museum. Und jetzt gehen wir zum Museum. Man kriegt ja eine Sternfrucht, wenn man alles hat. Oh. Oh. Das habe ich vergessen. Okay, ich war noch in der Mine, aber... Na ja, da... Na, ich habe da jetzt nicht so viel geschafft. Warte mal. Okay. Na ja, da, da... Ah, ah, ah. Hallo, hvers ist das hier? Hä? Ach, geschafft. Ah, Megabombe. Na. Oh, 6000. 1000, Alter. Cool. Hm, okay. Ah, es regnet. Ach so, stimmt, ja. Eine pinke Torte. Oh, sogar Gold. Ach so. Oh, wow. Okay, Mann. Oh! Ein Gefäß unbekannten Ursprungs. Okay. Ich mach das nicht. Okay, das heißt, die hatten doch recht. Ah, ich muss noch so eine Puppe finden, Alter. Okay. Ähm. Das ist ja schwierig, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich guck mal, was ich machen muss. Okay. Oh. Okay. Oh, scheiße, nein. Ähm. Ich baue mir jetzt ein neues Hühnerstall für die Enten. Ja, okay. Okay, ich platz... Mach's mal, ne. Oh, ich kann das wirklich bewegen. Dann kann ich fast den ganzen... Oh, okay. Hm. Ich will erst mal dich irgendwo anders hin tun. So. Ok, dann muss ich irgendwann den Baum füllen, aber erstmal platzieren wir das so Und ich gehe jetzt in die Mino Oh, ok, man könnte sagen, heute war ein bisschen gut Ich habe die Mission geschafft, wo man Skelette besiegen muss Wo Scheiße schneiden Ich habe noch so eine mysteriöse Kiste Ah 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 Bis zum nächsten Mal.